Mit einem weiteren Entlastungspaket unterstützt der Staat die Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise. Wir als TWS begrüßen die Maßnahmen, erleben jedoch durch die vielen gesetzlichen Änderungen und Neuerungen derzeit viel Unsicherheit bei unseren Kundinnen und Kunden. In diesem Video möchten wir Ihnen deshalb die häufigsten Fragen zu Ihrer Energieversorgung beantworten. Wann kommt die Gaspreisbremse? Die Gaspreisbremse soll im März nächsten Jahres eingeführt werden und rückwirkend auch schon für Januar und Februar 2023 gelten. Der Gaspreisdeckel soll bis April 2024 befristet werden. Wie viel müssen Haushalte und kleinere Unternehmen bezahlen? Der Gaspreis soll bei 12 Cent pro Kilowattstunde brutto gedeckelt werden. Diese Deckelung soll für 80 Prozent des Verbrauchs von 2022 gelten. Für den darüber hinausgehenden Verbrauch wird der aktuelle Marktpreis berechnet. Es soll so ein Sparreiz vorhanden bleiben, denn der Preisdeckel ändert nichts daran, dass Gas knapp ist. Wie sieht es mit dem Strompreis aus? Auch bei Strom soll es einen Preisdeckel geben. Der soll bei 40 Cent pro Kilowattstunde brutto liegen, ebenfalls für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für Mengen, die diesen Verbrauch übersteigen, zahlen private Verbraucherinnen und Verbraucher den aktuellen Marktpreis. Wann gilt die Strompreisbremse? Die Strompreisbremse soll ebenfalls im März 2023 in Kraft treten und rückwirkend für Januar und Februar 2023 gelten. Der Strompreisdeckel soll bis April 2024 befristet werden. Über die Strom- und Gaspreisbremse wird am 16. Dezember entschieden. Was muss ich tun, damit ich die Entlastungen als TWS-Kunde erhalte? Sie müssen nichts tun. Sie können sich darauf verlassen, dass wir sämtliche Entlastungen zu 100 Prozent direkt an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Was muss ich tun, damit ich den Dezemberabschlag erhalte? Falls Sie der TWS ein SEPA-Mandat für den Einzug der Monatsabschläge bei Gas erteilt haben, brauchen Sie nichts zu tun. Wir buchen dann nichts ab. Wer per Überweisung bezahlt, muss selbst aktiv werden und die Abschlagszahlung für Dezember aussetzen. Kundinnen und Kunden der TWS, die keine Änderung vornehmen, erhalten den Abschlagsbetrag bei der nächsten Jahresrechnung vergütet. Wir kümmern uns auf jeden Fall um eine korrekte Abrechnung der Hilfen. Wie wird die Soworthilfe berechnet? Damit die Hilfe für Privathaushalte schnell ankommt, übernimmt der Staat den Monatsabschlag für Gas, der im Dezember fällig ist. Die endgültige Berechnung des Entlastungsbetrages erfolgt dann mit der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung, in der der Dezember 2022 enthalten ist. Dann wird der ausgesetzte Monatsabschlag mit dem finalen Entlastungsbetrag verrechnet. Sie können sicher sein, wir berechnen die Entlastung korrekt und geben sie eins zu eins an Sie weiter. Gibt die TWS die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas weiter? Selbstverständlich geben wir an alle Kunden, die Gas oder Wärme von der TWS beziehen, die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent weiter. Das bezieht sich auf den gesamten Gaspreis, auch auf den Grundpreis. Die Senkung der Mehrwertsteuer gilt vom 1. Oktober 2022 bis Ende März 2024. Der Staat will die Gaspreise überprüfen. Was muss ich beachten? Der Wegfall der Gasumlage und die Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent ändern nichts daran, dass die Beschaffungskosten für Energie weiterhin sehr hoch sind. Bei vielen unserer Kundinnen und Kunden sind die Preissteigerungen bislang noch gar nicht angekommen. Wir beginnen schon bis zu drei Jahre vor der Belieferung mit dem Einkauf von Teilmengen. Für aktuelle Energielieferungen müssen wir so nur noch einen Teil zu den horrend hohen Kosten einkaufen. Dank dieser Mischkalkulation schlägt die Preisentwicklung am Beschaffungsmarkt noch nicht voll auf die Preise unserer Tarife durch. Dieser Vorteil schmilzt nun von Monat zu Monat ab und verteuert die Energie, wenn sich an der Marktsituation nichts ändert. Als Kunde der TWS können Sie sicher sein, dass wir nur die gestiegenen Kosten an Sie weitergeben. Selbstverständlich profitieren Sie auch von entsprechenden Senkungen. Wir versorgen Sie sicher wie hoch wird mein neuer Abschlag sein? Die Höhe des Abschlags richtet sich nach Ihrem voraussichtlichen Jahresverbrauch und nach den Kosten. Der neue Abschlag wird Ihnen spätestens mit der Jahresrechnung bekannt gegeben. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Abschlag schon vorher selbst anzupassen. Das geht ganz einfach in unserem Kundenportal unter www.tws.de. Wie kann ich meine Energiekosten im Blick behalten? Einblicke in Verbräuche und Kosten bieten wir mit einem Energierechner unter www.tws.de slash Energierechner. Als Haushaltskunde können Sie dort Ihre eigenen voraussichtlichen Energiekosten auf Basis des Grundversorgungstarifs und Ihres Vorjahresverbrauchs errechnen. Außerdem zeigen wir dort beispielhaft, wie sich das Absenken der Raumtemperatur um ein Grad Celsius in den eigenen vier Wänden auf die Kosten und den Energieverbrauch auswirkt. Was passiert, wenn ich die hohen Energiekosten nicht bezahlen kann? Wir bei der TWS wissen, dass die steigenden Energiekosten nur ein Teil dessen sind, was Verbraucher derzeit tragen müssen. Wer in eine finanzielle Schieflage gerät, braucht unbürokratisch Hilfe. Im persönlichen Gespräch finden wir eine gemeinsame Lösung, etwa über Ratenzahlungen. Melden Sie sich dafür bei unserem Kundenservice. Warum soll ich Energie sparen? In dieser herausfordernden und sensiblen Situation ist jeder aufgerufen, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das ist ein wichtiger Schritt, damit wir alle einigermaßen warm durch den Winter kommen. Ein Teil des Stroms für die Versorgung in Deutschland wird weiterhin aus Erdgas erzeugt. Dieser Anteil ist kurzfristig nicht ganz ersetzbar, jedoch schon weit reduziert. Jeder kann durch ein sparsames Verhalten dazu beitragen, seine Kosten zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu verbessern. Auf unserer Homepage unter tws.de slash energiesparen haben wir für Sie Energiespartipps zusammengestellt. Wird das Gas über den Winter ausreichen? Die Vorgaben für die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland sind erreicht. Was der bevorstehende Winter bringt und ob das Gas reicht, hängt aber von weiteren Faktoren ab. Wird der Winter mild oder sehr kalt? Wie sieht es mit der Ersatzbeschaffung über die Flüssiggasterminals aus? Gelingt es den Energieverbrauch in Deutschland um mindestens 20 Prozent zu senken? Wenn wir diese Einsparung erreichen, rechnen Fachleute damit, dass wir ohne eine Mangellage über den Winter kommen. Kann es durch die Energiekrise auch zu Stromausfällen kommen? Was der bevorstehende Winter bringt, ist nicht klar absehbar. Die Situation ist angespannt, doch ergreift die Regierung umfangreiche Maßnahmen zur Absicherung der Versorgung. Experten gehen nicht davon aus, dass es zu einem flächendeckenden Blackout in ganz Deutschland kommen kann. Das hat ein Stresstest der Übertragungsnetzbetreiber ergeben. Kommt es allerdings zu großen Schwankungen in den Stromnetzen, könnten Netzbetreiber gezwungen sein, lokale und zeitlich begrenzte Abschaltungen bestimmter Stadtteile oder Städte vorzunehmen. Wenn Gas knapp wird, bei wem wird dann abgeschaltet? Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass weniger Gas als notwendig zur Verfügung steht, aktiviert die Bundesregierung die Notfallstufe und damit die dritte und höchste Stufe im Notfallplan Gas. Die Bundesnetzagentur übernimmt dann vorsorglich die Verteilung des noch vorhandenen Gases. Von Drosselungen oder Abschaltungen betroffen sind im ersten Schritt Betriebe und andere sogenannte nicht geschützte Verbrauchsgruppen, wie zum Beispiel Freizeiteinrichtungen. Erst wenn sich zeigt, dass dieses Einsparpotenzial nicht genügt, kann es nach Vorgabe der Bundesnetzagentur auch bei Haushalten zu Abschaltungen kommen. Damit es möglichst nicht dazu kommt, sind wir alle, Haushalte, Betriebe, Einrichtungen, aufgerufen, unseren Energieverbrauch konsequent zu senken. Wie ist die TWS für die Krise gerüstet? Die TWS verfügt über eine stabile wirtschaftliche Basis und einer guten Eigenkapitalquote. Damit sind wir stabil aufgestellt. Dies verdanken wir nicht, zuletzt einem soliden Wirtschaften in der Vergangenheit und unserer strategischen Ausrichtung auf die Energiewende. Wir sehen uns daher gut gerüstet und haben bereits seit Februar einen entsprechenden Krisenstab eingerichtet. Seien Sie sich gewiss, als regionaler Energieversorger setzen wir weiterhin all unser Know-how ein, um unsere Kundinnen und Kunden möglichst verlässlich mit Strom, Gas und Wärme beliefern zu können. Weitere Informationen haben wir für Sie auch auf unserer Internetseite zusammengestellt. Kommen wir gemeinsam gut durch den Winter. Ihre TWS